Willkommen zurück, liebe Gaming-Freunde, zu einer spektakulären Brand-9-Folge The Last of Us Remastered auf der Playstation 5, euer T wie immer für euch am Mic. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid. Oh! Was haben wir hier denn schönes? Neue Shorty Shotgun, mega! Ja, man sollte sich überall mal eben einmal umschauen. Ganz, ganz lieben Dank auch nochmal für eure Comments und Likes auf das Projekt. Bitte unterstützt das Projekt auch weiterhin mit einem Abortement oder mit einem Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. So, ich glaube von hier sind wir gekommen. Das können wir nicht mitnehmen, das ist Tape, dann können wir mal eben gucken, ob wir da was... Oh, da kann man ja noch was herstellen hier, oder? Nö, da fehlen immer noch ein paar Sachen. Klinge. Naja, kann man trotzdem nicht mitnehmen. Nö, gucken wir mal eben. Was haben wir hier denn schönes? Pillen, sehr schön. Kleber schon wieder voll. So, können wir hier noch irgendwas machen? Waffe habe ich. So, wir haben ja letztes Mal hier rausgefunden, wie wir hier... Oh, da ist noch was. Wie wir hier rauskommen aus der Kanalisation und Goal... Goal, das war vorher ein Tor, okay. Ich glaube, von da sind wir gekommen. Da laufen mir auch die Äffchen hinterher hier. Ob das hier weiter geht? Nee. Hier geht es nicht weiter. Irgendwie hoch hier. Da ist eine Leiter. Hier? An der Seite? Auch nicht, ne? Nee. Hier irgendwas bewegen? Ach, so viele Möglichkeiten kann es hier doch nicht geben. Guck mal eben. Hörst du das? Ich glaube, wir sind richtig. Wir sind richtig. Achtung! Kommt noch mehr auf uns zu! Oh, Mann. Scheiße! Nein! 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 Messer! Oh, Scheu gehabt. Acht Kugeln hat der gehabt. Okay. Das war eben das Messer. Okay, wir probieren mal den Neuen aus hier. Na, schafft ihr das? Boah! Übermäßig geil, das Ding. Ich weiß nicht, was mit Ihnen passiert ist. Dem Clicker nach zu urteilen, sind Sie schon länger tot. Wir gehen weiter. Wir können nur hoffen, dass es nicht noch mehr davon gibt. Fraglich. Ich weiß. Hm. Wo geht das hier weiter? Ah, hier ist auf jeden Fall ein kleines Lager. Das ist ja nice, das Ding. Richtig gut Druck. Das ist ja eine richtige Kanalisation des Grauens hier. Ein bisschen Heilung. Gut, dass ich ein Messer hatte. Kann ich mir noch ein Messer machen? Ach nee, braucht noch mehr Klingen. Aber ich muss hier mehr auf Messer setzen. Da geht's auch noch? Moment. Da gucken wir doch erstmal hier rein, oder? Wir sind gefangen, wahrscheinlich sind alle tot. Einige von den Kleinen sind bei mir. Die Infizierten stehen vor unserer Tür. Ich weiß nicht, wie lange wir es noch aushalten. Wenn ich und die anderen am Leben sind, können sie uns vielleicht erreichen. Wenn es soweit ist, werde ich es schnell tun. Kyle. Himmel. Ja, es lohnt sich immer, mal eben zu gucken. So. Pillen. 20. Für Heiltempo ist auch gut, ne? Lauschdistanz ist auch geil. Finde ich aber nicht ganz so wichtig. Heiltempo finde ich wichtiger und dann gehe ich auf Lauschdistanz. Hey, ob es hier raus geht? Kann sein. Aber da kommt man nicht hoch. Vielleicht kommt man nach Amester hin. Ja. Das war eine Falle. Gar nicht. Also, das ist seltsam. Ja. Ich weiß. Klicker! Was? Hey, das Ding bewegt sich nicht. Stand weg. Verschwindet. Sam, du bleibst bei ihm. Henry, wir müssen weg von hier. Pass auf ihn auf. Los! Oh, das ist ja ein Mega-Klicker-Alarm. Fünf, sechs Klicker. Shit. Shit. Die schaffen das. Ja, ja, ich weiß. Okay, Kleiner. Wir müssen einen Weg hier rausfinden, ja? Aber hier sind auch welche. Ich höre sie schon. Ich glaube, jetzt wird hier gerade das Tempo ein bisschen angezogen. Ja. Hier kommen wir nicht weiter. Was? Was? Ihr habt keine... Wenn man wartet, dass sie näher dran sind... Oh Gott, wie viele sind hier denn? Scheiße. So, ich wollte die nämlich nicht verschwenden hier. Okay. Okay. Das sind aber keine Klicker. Okay. Da habe ich noch zwei Okay Hm Aber wir müssen da durch Was rennen die denn da durch die Gegend? Sind die Malle im Kopf? Ne, wir nehmen Vorsichtshaber Ich traue dem Kriegen hier nicht Ich weiß eben nicht, ob er Oh Oh Heavy Baby Alter Schwede Da bleibt ja nichts von über Da ist ja auch ein Klicker, oder? Wie viel gibt es denn da noch von den Viechern? Nachladen Und die droppen alle nix Hier muss ja irgendwo ein Nest sein Ich bräuchte meine Stange oder sowas Damit ich hier nicht meine Wertvolle Muni wegdrub Die krall ich mir jetzt ja Ja, Zola, Baby Erstmal solltest du dich heilen, Baby. Das war anstrengend. Krass. Krass. Ich hoffe, ich kriege hier noch ein paar. Gesundheit. Da, Basie. Sehr gut. Ja, wir müssen hier alles absuchen. Hier war aber das richtige Nest, wa? So, Messer. Immer noch nicht. Meine Güte. Den kann man auch noch nicht verbessern. Teile. Oh, Teile haben wir gut gefunden hier. So, jetzt müsste es aber klappen. Aber Messer ultra wichtig. Ah, hier. Scheißhaus. Wie in der Schule. Warum hat es Sie erwischt? Tja, wenn ich das wüsste. Sie haben sowas nicht verdient. Okay. Okay. Da ist eine Notiz. Schauen wir mal rein. Ach, das ist eine Kinderzeichnung. Danny isch, unsere Beschützer. Das war's wohl. Die hatten ja auf diese Leute, glaube ich, irgendwie gewartet. Willst du die Leiter runterholen? Ja. Okay, so, entschuldigung, entschuldigung, entschuldigung. Mach schon. Na bitte. Gut gemacht. So, wir schauen mal eben ganz kurz, wo wir zeitmäßig liegen. Oh, ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich glaube, dann lasse ich die beiden. Da sind sie. Nice. Was dazwischen, was dazwischen? Was dazwischen? Sam, was zum Teufel machst du? Ich hole uns hier raus. Na dann beeil dich. Los. Alle nach oben. Na los. Ja, und wo jetzt hin? Oh, hier ist Stuff. Daisy. Ne, 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 du wartest mal eben. Das Ding klemmt. Hilf mir hoch. Ich kann durch das Fenster. Mach von der anderen Seite auf. Mach schnell. Hey, na los. Du bleibst nicht hier drin. Was ist mit dir? Oh, der ist gut. Komm schon. Los. Das geht bestimmt nicht los hier, wa? Und jetzt? Achtung. Mist. Dann mal los. Achtung. 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 Der müssen wir gleich weghauen hier. Komm, Fiff, komm! Sauber! Ja, ich geh raus, raus, raus! Los, los! Mach zu, mach zu, mach zu, mach zu, mach zu! Oh mein Gott! Uah! So, mein Lieben, ich muss erstmal durchatmen, das war ja wieder... Das war ja wieder die Burner-Folge hier. Ich hoffe, ihr lasst einen Daumen da und abonniert den Kanal. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, habt eine gute Zeit, Küsschen aufs Nüsschen, ciao, ciao!